Na gut. Ich klicke mal eine Quest an hier. Ja. Vermisste Person ist irgendwie 115 Meter entfernt oder so. Zinsweise 11 Meter. Ja, das ist null. Das habe ich auch eben gekuckt. Das ist die Tür nach draußen. Scheiße. Ich dachte, der steht um die Ecke. Ah, ne, der ist da unten. Ah, ja, jetzt geht's schon. Ja, ist aber null Uhr. Hm, gute Nacht. Ja. Das ist so schlecht. Ich sehe das Problem nicht. Ja, meine auch schon längst so. Ach so, ja gut, dann äh... Raus aus den Federn. Beziehungsweise sind wir ja schon. Und rein ins Vergnügen. Ach, das ist die Hauptfest. Ne, da wollen wir nicht hin. Ne, das ist okay. Ne, ich wollte gerade sagen. Ne gut, ja. Machen wir nicht. Weil wir haben viel zu tun heute. So sieht's aus. Heute ist ein schöner Tag. Zum Zombieschnetzeln. Äh, durchaus. Das heißt, was bei der Mission ist. Äh, was? Das heißt, was bei der Mission ist. Lol, hast du das... Hä? Was denn? Ich sehe gar nicht, wo die Mission ist. Hast du das jetzt als, äh, äh, Veterin gemacht, oder was? Nö. Ich höre. Ich sehe die Mission bei mir oben nicht. Also das Ziel, den Zielpunkt nicht. Vielleicht vom Süden. Südwesten. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Ja, aber da ist nichts markiert bei mir. Geht klar. Aiden Ende. Nicht markiert, rennt aber bei mir vorbei. Ja, deswegen weiß ich nicht, wo das ist. Also 37 Meter noch entfernt. Hä? Ah, jetzt zeigt es mir das an. Ja. Da rein ich die ganze Zeit schon hin, da. Ach was? Ja, er ist da. Hm, toll, danke. Easy. Hast du nur so gesagt. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Äh, nein. Nein, ich habe Dave mit dem Gepäck, aber er ist unter meinem Mantel versteckt. Ja, ich bin allein. Nein, besser so. Deswegen, mir fühlt das aus. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären mir alles. Seine Nase in meine Achselhöhle. Was macht die denn da? Jetzt musst du dich doch fragen. Die Hase. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Das ist das Problem. Ist ja alles so dunkel. Laschenlambe? Was? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Was haben wir an da, den Hobel? Hobel. Da kommen wir nicht rein. Schade. Ach, Mensch. Oh, lol. Ich muss mal looten. Nee, du nicht. Reden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach, ja. Also. Du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Mein Gott. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay. Dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut. Sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrücken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Bin rein, Jungs. Okay. Kampf. Ach so. Ich verstehe schon. Die ist elektrisch aufgegangen. Ja, Alter, was ist... Was ist denn mit dem passiert? Ja, der ist geteilter Meinung, würde ich sagen. Ja, aber wirklich. Der ist zusammengefallen wie die Kortenhause. Was ist denn mit dem passiert? Tja, leg dich nicht mit uns an, du. Ja, nicht. Besser nicht. Ja, da wurden wir aber so ein bisschen verarscht jetzt gerade hier. Ein bisschen, ja. Dem hier, du weißt du. Hier klitzert sehr viel Zeug, sehe ich gerade. Viele Wurfmesser. Sehr viele Wurfmesser. Das ist so einiges hier. Liegt da noch? Ja, eben. Wurfmesser auch wieder, eine Buddel. Äh. Frech. Noch irgendwas? Oh ja, hier doch. Noch einiges. Äh. Auf der Bumms. Alter, wie viel kann man denn hier... Naja. Müll haben wir auch nicht so. Ja, gut. Hier ist auch noch was drin. Oh, sie. California, love. Damn, 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 damn. Kommst du jetzt da drauf? Ich weiß auch nicht. Weil ich, ähm... Was habe ich eben gesagt? California. Ja, ne, als ich hier rein kann. Was habe ich denn gesagt? Äh. 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 Oh, ach da. Oh, sie. So spanisch, äh, ausrufigen. Oh, ja. Und oh, sie. Es gibt ja eine Serie, die heißt, oh, sie. California. Ach so, oh Gott. Deswegen kam ich auf, äh... Okay, es ist weiter geholt. Gott. Sehr, weiter geholt. Ja, war wirklich weit. Macht er auf da? Ja. Macht er auf. Mal gucken, welchen Winkel das Ding haben will hier. Ah, ha. Oh, nein. Hm, kaputt gegangen. Hm. Toll. Nice. Also, das lohnt sich ja hier. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hm. Tja. Oh, wir können hier schlagen, aber wir, äh, also... Ob wir sie jetzt einfach... Ich glaube, das sind einfach nur Zivilisten normal. Meinst du? Ja, okay. Ja, also... Da gab's jetzt nicht viel zu machen. Aiden, du... Du bist... Wie bist du... Noch am Leben? Tu Arschloch. Du wolltest mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich... Ich würde niemals... Ich hab nur als Späher fungiert. Das... Das ist mein Job. Exitus. Bis Späher. Vielleicht wär's Karl ja etwas. Nein, warte. Tu das nicht. Sieh mal... Sie haben mir nur aufgetragen, ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein. Ich meine... Ach Gott. Ich hoffe nicht. Das wäre... Schrecklich. Ich... Ich weiß nichts. Ich schwöre es. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst. Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden. Hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Damit rückst du jetzt raus, oh? Ja, das hätten wir uns auch eher sagen können. Ich glaube, ich möchte ihn übergeben. Also, erst mal möchte ich mich über ihn übergeben. Auf ihn übergeben. Und dann sollen wir ihn Karl übergeben, weil das ist ja ein Mistsack. Ist absoluter Hurensohn. Also klar, ich meine, dieser Karl ist halt der ganz große Sektenchef da. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ist jetzt auch nicht gerade der Geister, aber... Also, verraten ist ja ein Todesurteil. Und vor allem jetzt kommt er an wegen seinem... Oh nein, die haben einen Bruder. Ich muss das machen. Die haben nicht. Das ist kein Grund. Du bist ein Komplize. Karl wird davon erfahren. Du Idiot. Du verstehst das nicht. Wenn du das machst, dann werden sie meinen Bruder töten. Das kann ich nicht zulassen. Tut mir leid, aber das hier ist einfach falsch. Du kannst nicht das Leben von Unschuldigen verspielen, nur um ihn wiederzubekommen. Es ist vorbei, Damien. Gut. Okay. Ich glaube, wir sind zu zweit. Weißt du Bescheid, ne? Gegrillt einfach nur. Oh, ich habe eine Ferdichtheit wieder freigeschaltet. Das ist herrlich. Ja. Sie haben Rang 2 erreicht, indem sie ihre Parkour... ... und Kampfstufen erhöht haben. Oh, jetzt Besuchstufe 2. Oh. Überprüfen Sie das Tagebuch und Karte. Neue Quests und Aktivitäten zu dem Rang passen. Suchen Sie Waffen- und Ausrüstung-Rang 2. Ja, 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 okay. Das, was du auch schon mal vorgelesen hattest. Ja, ja, genau. Jetzt kommen die richtigen Wurmen. Schließen Sie Kampf- und Parkour-Fertigkeitsbäume ab, um Zugang zu Legenden-Upgrade freizuschalten. Ach du Scheiße. Genau, keine Ahnung, was das bedeutet. Also, das wird uns auch noch ein bisschen zu schaffen machen. Später. Springen Sie weiter. Ah ja, weiter springen ist gut. Gib mir das. Aber das Spielerang 2, das stand schon länger da oben jetzt. Auch bevor ich das bekommen habe hier. Okay. Aber die Leiste fühlt sich halt nicht. Wahrscheinlich jetzt erst oder so. Keine Ahnung. Ja, je nachdem. Du musst ja diese Skills freischalten. Dann kriegst du erst das alles frei. Ja. So habe ich das verstanden. Das ist so richtig. Jetzt keine Ahnung. Gut. Schön. Dann haben wir das auch. Dann haben wir das auch. Was gibt es denn da noch zu Feines da auf der Tagesordnung? Ja, lass mich sehen. Ins Tagebuch. Jetzt ist der Aufweg jetzt wieder markiert. Herausforderung. Verfallsdatum. Ach nee, das war nur nachts, glaube ich, oder? Ja, ja, genau. Dein Zug. Das ist Stufe 2. Aber gut, wir könnten natürlich jetzt mal gucken, ob wir die Prinzessin im Turm machen können. Weil das ist ja Stufe 1. Gut, klar. Ja. Da sind wir vielleicht schon ein bisschen... Na gut, dann lass mal hin da. Erst mal. Und dann gucken wir mal. Zumal diese Nebenquests auch lila markiert ist bei mir irgendwie. Hat das was Besonderes? Heißt vielleicht einfach nur nachts? Hm, das kann natürlich sein, ja. Weil, weil es ja der Mond und dann Nebenquests. Ja. Ja, das kann durchaus sein, ja. Okay, setz dich. Ich will nicht, dass du mir hier umkippst. Genau. Der hat hier gefressen und zwei Leute saßen daneben. Und dann musste ich gucken, was ich hier mache. Zum Tode getreten. Richtiger Freundeskreis. Ja, wirklich. Also, äh, gut. Brau' ich nicht. Brau' ich nicht. Brau' ich nicht. Ja gut, dann mal weiter hier noch was. Dann war er hier mit dem Bums. Oh, er war fast kaputt gegangen. Oh, äh, ja. So. Freund oder Feind? Ich gebe auf. Freund. Ja. Oh. Du hast dich wiedergeschleifen, oder? Nein. Hm, Zombies. Zombieletten. Smartphone. Okay, damit. Schön. Hat das noch jemand gehört? Booty. Oh. Er wollte schon wieder springen. Hab's gesehen. Ja, 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 ja. Ja. Ach so, hier könnte man rein. Gehen wir auch rein. Das muss ich mal ausprobieren, mit diesem Mondwärtsran. Äh, einfach F drücken dann. Das steht dann dran. Oh ja, tatsächlich. Nice. Ist sehr effektiv. Ja. Das stimmt. Und spart halt, äh, Haltbarkeit. Ja. Hier ist die Kiste. Sehr schön. Perfektor. Das ist aber noch was. Hier so ein Kühlschrank, ein schöner. Okay. Oh. Hier so was. Harz war da drin. Das ist schön. Vier? Ja, viermal. Gut. Naja, man muss auch mal fragen. Ja, stimmt. Hier ist auch eine Bude da drüben. Ja, soll man auch durchhuschen, oder was? Ah, hin da. Wie furchtlos wir einfach sind. Ja gut, mittlerweile ja. Obwohl die Level 2 sind. Aber. Knick, knack. Knick, knack. Rübe ab. Hör auf, nicht zu verarschen. Ah ja. Gut, sehr gut. Ach so. Na klar. Was denn? Ist da noch jemand? Ja, da kam von draußen reingesprungen. Ach so. Aber nicht die Rede wert. Der war ja... Das ist ja Quatsch. Lusche. Ach da bist du okay. Hab ich gar nicht gesehen jetzt. Ja, ja. Oh, da kommen wir nicht weiter lang. Machen wir mal platz hier. Dann halt so. Sag mal. Sag mal. So, okay. Sind wir schon mal hier oben? Das ist doch schon mal fein. Was gibt's hier Feines? Ach, das ist bei dem... Ach, ja, ja. Das ist ja auch noch ein Block gewesen. Ja, ja. Oh, geil. Da gibt's noch Sachen. Blut. Aber der Typ selbst ist weg, ne? Ja, ist weg. Ja, der hat sich verkrümmelt. Oh. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der ich lachen kann. Ah, okay. Aber dann sehe ich diese verdammten UV-Lampen. Heutzutage bringen sich mehr Menschen oben als durch die Pfanne. Sehr gut. Was ist denn das überhaupt? Das kann nicht gut sein. Freund oder Freund? Freund? Okay. Äh, weißt du? Ach da drüben. Ja. Okay. Habe ich kommen. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann es kommen erwarten. Das riecht Christoph. Da hat mich Flachwüchser hier drüben genannt. Hm. Es geht nicht gut für dich aus. Arschloch jetzt auch noch. Jetzt reicht's mir. Flachwüchser, ja. Aber kein Arschloch. Jetzt hab ich dich, du Arsch. Das ist nicht interessant, der nur wie runterfüllt und schreit. Ach, dann hauen sie auf einmal ab, weißt du? Nein, nein. Über mich. Aber der wollte. Guck dir an, wie sie abhauen. Kurz mal groß ausgeholt und dann war er vorbei. Flachwüchser, ey. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du, was undankbares hier? Echt? Kann man sich eigentlich was härteres herstellen mit den Pilzen noch? Was für länger wirkt oder so? Äh, nee. Du hast ja bloß dieses Asthma-Spräch, sag ich jetzt mal. Ja, ach so. Okay, ja gut. Dann haben wir halt nur die. Ich glaub, die kann man dann irgendwie aufrüsten, auch noch die Pilze. Ich weiß grad gar nicht. Da muss ich doch mal gucken nachher. So. Wollen wir da unten? Äh, was bitte? Da kommen wir auf einmal wieder zurück, weißt du? Und jetzt auf einmal ganz friedlich. Ja. Sollen wir die da unten noch mal kurz fertig machen, oder was? Weil noch ist der Tag. Dann können wir die Zeit ja noch nutzen hier. Ja. Was? Verhältner in der Nähe. Wollen wir die da unten noch mal kurz platt machen, oder sowas? Wo ist er denn? Da. Ja, ja. Ja, wie gesagt, noch ist der Tag. Dann können wir ein bisschen XP sammeln. Ja, ich will aber ganz kurz mal gucken, weil hier ein Behälter ist, irgendwo in der Nähe. Ja. Ja. Na gut, dann rollen wir es mal hier so ein bisschen auf. Ja, bitte. Du musst dich heilen, by the way. Oh ja, das stimmt. So. Was ist denn los? Kommt ihr mal, oder kommt ihr nicht? Ja, ich... Ähm... Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Na, das war nicht die Idee. Ja, jetzt kommt sie auf einmal. Ja, ist okay. Jetzt kommt sie wieder auf in allen Ecken. Ja, natürlich ist Schreie, oder? Naja. Unten bleiben. So. 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 Ja, komm mal her zu mir. Kein Problem. Ich kicke euch hier gegen diese Scheiße. Mhm. Das ist viel geiler. Oh, Leute. Na gut. Na gut. Der liegt halt drauf. Gut. Wie sie alle hängen. Ah, ich liebe das. Wenn man Sachen so schonen kann, finde ich das gut. Ja, durchaus. Haben wir hier noch irgendwo was? Ja, Mülltonne. Ja, hier auch noch mal. Drei Mülltonnen stehen hier rum. Kannst du dir suchen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Behälter weiß ich. Er ist halt hier draußen und dann rechts rum. Ja. Also. Ich zeige es so an. Nachbar, critical. Ist das eine Flamme? Ja, gut klar. Ja. 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 So, er muss irgendwo... Oder halt hier drin sein. In dieser Nachtaktion da. Hmmmm. Das wird ja super. Oh, das Ding. Oh. Lol. Hm? Brandt einer übers Dach. Ach da, ja. Hemmstoffbehälter erkannt. Ah, das ist hier. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Nein. Sie haben eine Darkzone betreten. Kommen sie nachts wieder, wenn die Infizierten draußen auf der Straße sind. Haha. Okay. Müssen wir aber jetzt sind diese Nightcrawler, wie auch immer die heißen. Ja. Dann lass uns noch ein bisschen die rumschnetzeln und dann gleich wiederkommen, oder was? Ja. Ja. Aber wo sind sie denn? Ah, okay. Geht auch. Nur gut. Hm. Haben wir noch irgendwo was hier? Was haben wir hier? Ja. Wir läuten was blau auf. Ja. Oh. Na gut. Dann machen wir hier nochmal. Ja. ich weiß Kroos! 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 der kommt wieder weg aus den löchern das können sie am besten war noch nicht ganz gut da kommen sie aus den löchern jetzt das wird doch einmal wieder was nein ich sehe schon hier noch ein Problem Das war der Kopf ab, der damit genau wie es nicht. Das ist wie in der Sinfonie, ein bisschen fach. Was mache ich denn? So, sauber. Okay. Erstmal knacken. Auf die Luke der. Auf ist der Bums. Oh, da ist jemand drin und der versteckt sich vor uns wahrscheinlich. So wie das aussieht. Oh. Oh. What? Achso. Oh, du bist hier. Oh. 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 das war ja saugeil das ist ja nie passiert bei dem das war ich nun das war der dropkick den ich machen kann also auf den rücken eines taumenden gegnern springen und dann ja ja das war es ist das ist super ja das vielleicht doch ich sind wollte mal das lernen aber nicht irgendwie zu blöd wir uns erst mal raus hat und geht das eigentlich timing ich höre timing das ist der stadt in hongkong der stadt in japan hongkong ist eine stadt wie heißt der nachbord heizung ja gibt doch japanischen sexminister weißt du wie der heißt hyping zwing dein ding ok ich bin gerade ein bisschen weiß ich nicht oder liegt noch sachen drauf hier das ist immer noch angezeigt hier egal haben sie geholt ich höre nur darin brechende knochen ja muss ja schnell und leise das stimmt wir sind denn hier okay das genommen das genommen okay suchen sehr gut suchen ich bin hier oben ja jetzt kann ich endlich sehen dass man energie leiste um die gesundheitsleiste doch schon am steigen ist jetzt länger und länger bis sie explodiert das ist die aber schon bewusste oder na gut muss er wissen muss er wissen schneidet einer hat aber auch ein komisches leben das macht ihr schnell zu wurzeln lecker doppeln gut ja gut ich schaffe es bis nach hause lass doch mal die leute in ruhe scheiße mir reicht's nein lass ich nicht zum klick gibt es kein moral system ja das ist das du am arch das tut mir leid nein eigentlich nicht der moral system wäre kritisch aber das bin ich ja das ist ja kein problem dann ach so klar ja mir gefällt das absolut nicht ich bin vom brach gefallen oh sehe ich warum die kante war zu kantig oh leute der zombie viel genauso wie der typ der von der titanik ist wo wir uns da auf der schraube gelandet ist au ja genau sammeln oh leute komisch ok ja war ein bisschen zu kantig ja das ist okay nirgendwo immer hoch ist aber auch du hast ja weitsprung drin ne ich hab weitsprung drin ja ja ich nicht das glaube ich aber nicht unbedingt so viel weiter also schon ein bisschen aber ist gerade eben gereicht ja deswegen soll die vielleicht nicht ach so ich wollte noch was fragen eigentlich was hast du oh er kann nichts mehr sagen komisch verstehe ich gar nicht ne ich auch nicht oh oh ähm oh ähm aber es ist noch nicht nacht ne hier ist auch noch nichts los also aber umgucken kann man sich ja schon mal du scheiße das müssen wir echt nachts machen oh ja ich wohne ich sehe unten die Truhe ja ja nun auf jeden fall höre ich was hier drinnen schnaufen wie sonst was ja da ist dieser nacht tiny da ja dann dann wenn das nachts ist dann kann man gar nicht herein dann müssen wir uns nur den weg hier merken ja ja wenn sie wissen wo das dann ist hm na klar ja ja was denn wow ich werde geschubst äh ich sehe niemanden wie du siehst niemanden eins zwei drei nicht dann du wirst du du wirst du wirst wirst die den Untertitelung im Auftrag von Funk das ist mir die effektiv ja durchaus ja kommt hier auf einmal her also die kommen von allen seiten ja die kommen aus diesen schächten unten ja also man merkt ein hand ist bei mir sehr effektiv das ist gut weil zwei hand ist schön und gut das gut rein aber das problem ist halt bei zwei hand die ausdauer wie ich dann doch nicht was schnelle nicht so kraftvolle schläge haben ja ja es ist schon ein bisschen effektiver auf jeden fall ja weil die dann ja so ein bisschen weg trauen da die war noch am leben die dommelsade so ist gleich 19 uhr party obwohl aber kurz ein break machen das ist eigentlich war ja hier oben hier im quest anfangs bereich sag jetzt mal ja so ja so dann leute bis gleich wir starten genau hier und nicht anders tschüss